Wo zum Fick ist Richard? Weil eine Katze kam und ihm auf den Kopf geka... Ey, you there! Bitte trinken Sie weniger und nehmen Sie die Drogen... Ich kenne Richard noch nicht mal. Toast! Oh mein Gott, Leute, wir kriegen Toast, wenn wir den finden. Geil, wir brauchen Toast. Egal, was ich mache, ich bekomme Toast. Wow! Earthgrade! Natürlich, lass uns in eine dunkle Höhle gehen! Oi, oi, oi! Anscheinend wurde Richard vergewaltigt, da liegen nämlich seine Klamotten. Oi, oi, oi! Ich bin nackt! Ich will niemals den Toast kriegen! Ich will Toast! Das war's.